Ich habe eine neue CD dabei und natürlich auch ganz viele Autogrammkarten. Ich komme gerade von MDR um vier, da haben wir noch live mit der Band gespielt. Ein paar davon sind auch noch hier geblieben in Leipzig und spielen gleich mit mir noch gemeinsam eine Runde hier für euch. Ich war am Wochenende auch schon im Fernsehen, im ZDF Fernsehgarten und habe da eine... Und ich dachte mir, die halte ich heute auch für euch hier dabei. Wäre das okay? Ja! Ich glaube, ich sage es gleich tausendmal, mal, 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 mal. Hier unter dieser schönen Kuppel, 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 Kuppel. Also wundert euch nicht, wenn ihr gleich hört, nein, 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 nein. Wenn das Lied heißt, nein.